Hi Leute und ich bin's wieder, eure Jachimie. Und heute möchte ich ein paar online-bundes-rollen Schaut mich mal mein Skin an. Da habe ich letztens in einem anderen Video, was ich leider nicht gepostet, posten könnte, weil das viel zu lange war, weil da haben ein bisschen Abschnitte gelassen. Da habe ich Leute angegriffen. Ich habe leider nicht aufgedrückt. Okay. Okay, sorry. Okay, wir sollten ja online-date jetzt schon mal, also. Das müssen wir... Was? Das ist doch kein deutscher Server. Brasilius, was? Okay, ich frage einfach mal, ob das deutsch ist. Also machen wir mal die deutsche Umflöcke. Ich hoffe, er sagt ja. Wenn er Fragezeichen schreibt, dann heißt das ja nein. Ey, eigentlich wollte ich vorhaben, dass ich eine VG habe, also eine VG mache. Aber daran habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe etwas gefragt. Hi, wie bist du im Deutsch? Ich habe dich etwas gefragt. Wow. Wirklich der Applaus. Mach mal. Ja oder nein? Ey, ich weiß überhaupt gar nicht, ob er jetzt deutsch ist oder nicht, weil er antwortet mir einfach nicht. Und entweder er weiß nicht die Flagge oder er ist deutsch oder er will nicht sagen. Dann ist es komisch. Hä? Ich verstehe wirklich null. Bum, bumm. Ah, der macht mir jetzt nach auf einmal. Okay, ich verstehe. Der will auch ein anderes Ding machen. Dann mal los. Okay, los. Willst du? Kann ich dein Haus so machen? Nee, hat er nicht gemacht. Können wir raus mal oder nicht? Okay, jetzt weiß ich, was wir machen können. Und zwar habe ich eine Idee. Und zwar hole ich jetzt die ganzen Waffen und so raus, dass wir Eingriffen machen können. Ich habe die auch. Warum hat er ausgerechnet noch dieses Haus genommen? Was? WTF? Regenbiss. Regenbiss. Also, jetzt kommt Regen. Mittwoch. Wir haben noch nicht Mittwoch. WTF? Was ist denn das? Achtung, liebe Zeit. Ähm, äh. Okay, Leute, das ist... Okay, Leute, wir machen jetzt was anderes. Und zwar machen wir jetzt einfach mal eine WG. Ja. Eine WG. Wenn ihr nicht wisst, was eine WG ist, dann ist es eine Gruppe, wo ganz viele Leute hingehen können. Und, ja. Also, ich war noch nie in einer WG. Außer in Brooklyn. Da gab es schon mal einen. Ähm, so. Eine WG. Und das hat mir sehr gefallen. Aber leider wurde ich aus der WG rausgeschmissen. Ohne Grund. Das ist ja toll. Wirklich toll. Applaus für für den Dummbatz. Und es gibt auch einen Grund. Ich finde diese Dummbausik geil. Also, los geht's. Okay, jetzt muss ich aber erst mal draufschreiben, WG. Aber groß. W G. Oh Gott, ich kann das nicht schreiben. G, oder? Ja, G. W, G. Ja. In Blau. Ich liebe Blau. Also, also, ich mag auf jeden Fall so Neonpink auf jeden Fall auch. Aber jetzt nehme ich mal aufgangsweise Blau. für Jungs. Oder lass zu machen, zu machen, lieber. Ich bin so sad, dass man alleine ist. Warum ist es so kalt? Das ist nur noch so kalt. Entweder ist mir kalt, oder oder ich habe Gänsehaut. Kann mir einmal einer, wenn dieses Video einmal sieht, kann mir mal sagen, ähm, was, was, ähm, Gänsehaut bedeutet. Ich verstehe das null. Es ist nirgends so einer da. Oder, das kann auch sein, weil hier sind auch wenige Leute in dem Server und es ist auch kein Deutscher. Also, wechseln wir mal das Server. Und, wenn ich dann den Server gewechselt habe, sage ich euch Bescheid. Bis dann. Heilertum, endlich habe ich mal einen deutschen Server genommen. Ich denke jetzt, ich habe zehnmal den Server gewechselt. Zehnmal oder elfmal. Ich wurde, ich wurde zehnmal in den gleichen Server gemacht. Ich hatte die Krise schon. Und bin ich eigentlich happy, dass ich einen deutschen Server gemacht habe. Geil. Und da bloß für mich, weil ich voll dumm war. Und dann hatte ich die ganze Zeit immer Geld erhaut. Oh Gott. Okay. Okay. Okay, ähm, ich denke, es wird keiner leider vom anderen Weg bekommen. Satisfying. So. Wie geht? Großschreiben wieder. Wie geht? Wie geht? Und wieder ein hellblau. Zack. Tut hier. Ich muss kurz kontrollieren. Wie geht? Ich hab, okay, Hausfarbe. Dann machen wir es mal Türkis. Türkis, mein Lieblings. Topper. Event. Jetzt noch mal kontrollieren. Jetzt. Ich freu mich so. Ich hoffe, es kommt auch. Weil letztes Mal, wo ich in einer WG war, war er voller Menschen. Also, voller richtig viele Menschen waren hier. Richtig viele. Und ich hatte keinen Platz zum Schlafen, also musste ich irgendwo auf dem Boden schlafen, aber ich weiß nicht mehr wo. Entweder hier drinnen, auf dem Boden, oder hier drinnen, auf diesem Mathe. Und wo ich in diesem WG war, war einfach Lame. Der echte Lame. Ich mach keinen Scherz. Der echte Lame hier drinnen. Und erratzt jetzt mal, was ich gekriegt habe, weil ich in seiner Gruppe bin. Rubux. Oh mein Gott. Ich war so aufgeregt. Ich wollte eigentlich ein Video machen. Aber, Leute. Irgendwie hab ich alles angedrückt, was ich eigentlich andrücken sollte. Aber, es hat nicht funktioniert. Ich muss es mal kurz lassen. Ach egal. Ich hörte einfach mal, wo ein... Was ist das denn für ein Haus? Was ist das? Hey, warte mal. Ich muss kurz rein. Ist das die echte Lame. Nee, das ist mein Fan wahrscheinlich. Ja. Wie würde sie so rechnen? Wie würde sie so rechnen? Wie würde sie so rechnen? Tschüss. Ähm, hä? Was ist zur Hölle? Geh jetzt alle zum... Warte mal. Ich muss nochmal zurück teleportieren. Ich muss wieder rein. Ich mach mal die Tür zu, weil wenn jemand klingelt, dann kann ich ihn so adden. Das heißt, dass er alles machen kann. Kühlschrank aufmachen, und so, dass Candyball okay wird. Ich schau mal, was die anderen machen. und so... Was hat das was genannt? WTF? Ähm... Was ist da? Warum? Okay, sieht mich, ich laufe gerade nach oben, ohne dass ich irgendwas mache, weil ich dumm bin. so, hey, was mache ich überhaupt? Ich gehe irgendwo in ein Zimmer? Oh Gott, jetzt mache ich mal los, und zack. Wo bin ich in... Wo bin ich zum Teufel? Okay. Ist das ein Horrorbild? Nee, darüber will ich überhaupt gar nicht. Jetzt erstmal reden. Oh Mann, da wird dir kommt natürlich gar keiner, das ist klar. Das ist ja übel, das ist klar. Ich muss dann was schreiben. Also, ich gebe euch Bescheid, wenn die Leute mal endlich hier drin sind, und dann, tschaui. So, fünf bis sieben Leute, okay? Tschaui. Okay, hi Leute, jetzt sind irgendwie irgendwelche Ratten reingekommen, ich weiß nicht welche. Ich wollte in irgendwelche Ratten rein. Digga, was machen die? Sind die bescheuert? So, bam erstmal. Keiner, kommt hier mal ein Stück rein, wer fragen will. Ja, wer nicht fragt, der kommt hier nicht rein, neunischchen. Okay, jetzt sind die Leute gekommen, aber, okay. Ohne meine Anlauben. Nicht, lass mich keine hier rein. Zeitung gemacht. Nein, 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 einfach euch verboten. Ratten dürfen ich hier nicht rein. Oder soll ich das oben schreiben? Okay, dann schreibe ich es halt unten. Wartet. Okay, was ist da drin jetzt? Was ist da alles drin? Okay, nur dieses irgendwelches Komme-Mädchen. Okay, ich sag euch endlich mal, wenn die Leute in den Haus sind. okay jetzt habe ich ein paar leute auf jeden fall und wenn ihr mich in meinem video sieht ich habe ich habe so lange gebraucht bis ich eigentlich diese leute gefunden wenn er mir jetzt machen nach macht diese pick me girl pick me man wie die aussieht richtig süß aus und jetzt muss ich weiter machen was machen die okay leute jetzt habe ich eine idee und zwar gibt es jetzt ist da wenn man jetzt darauf klicken gibt es hier noch ein safe und was ist hier und jetzt werde ich behalte mal jemand mein safe aufmachen will das meint wo sind die anderen okay das machen so jetzt kann man nicht wissen was man will sehr cool ich bin die allerbeste ich will das aufräumen diese blöde ding wo ist mein zimmer warte mal schreib einfach mal kommen warte mal hier ist man okay okay ich kann hier nicht leer reden leider okay ich muss kurz stopp machen also ich habe jetzt ohne euch angefangen aber ich habe geschrieben hier ist dein zimmer und dann habe ich hier warte geschrieben und dann hatte ich hatte hier so ein kleines playhouse also ich bin es geil ich kann halt helfen gut dann ist das da mein zimmer nein oder ich habe kein internet wer hat mir das internet weggemacht okay das war's ich mache also das war's mit dem video und ich mache jetzt das nächste video um die okay dann tschau ich poste das video auch und tschau